Wir spielen wieder Leni ferngesteuert im Skyline Plaza in Frankfurt. Neben mir steht, glaube ich, Angela. Richtig? Weil ich sehe ja gar nichts mehr und muss jetzt die Kontrolle komplett an sie abgeben. Angela, du musst mich in den richtigen Laden steuern. Der Gewinn heute 5 Paar Sneakers im Wert von 600 Euro. Ein bisschen schneller, Leni. Weiter, weiter, geradeaus, weiter. Kein Posten oder so in der Nähe. Nee, nee, gar nicht. Schneller, schneller, schneller. Ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach rechts. Achtung. Ah, was ist denn Achtung? Aber links bleiben, links bleiben. Links bleiben. Links, links, links. Ich bin irgendwo dagegen gelaufen. Tut mir leid. Schneller, schneller, Leni, schneller. Was siehst du, Leni? Ich sehe gar nichts. Rechts, 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 rechts. Du bist falsch. Weiß ich geradeaus? Links rein, links rein. Jetzt gehst du nach links. Hallo. Halli, hallo. Nach links, nach links. Ich soll nach links. Ich habe keine Zeit mehr. Ah, hallo. Links, links, links. Ich habe noch 20 Sekunden. Den unten drunter, den unten drunter. Den. Schneller, 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 schneller. Und noch zwei, drei. Und dann noch unten drunter. Den. Genau. Und noch den links. Links, links, links. Links, links. Genau. Haben wir es geschafft? Ich habe gewonnen, Leni. Du hast gewonnen, Angela. Sonst paar Schuhe geh ich. Wo ist sie jetzt? Angela. Deine Schuhe. Ich bin sechs und fertig. Herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht. Auch wenn du mich dreimal gegen Sachen laufst. Entschuldigung. Gut gemacht. Und Calini. Ferngesteuert. Porn bei Skyline Plaza. Shopping direkt neben der Festhalle.